Gesund abnehmen! Jetzt die afrikanische Mango-Diät starten! African Mango ist eine der neuesten Entdeckungen auf dem Markt für natürliche Schlankheitsmittel. Das Produkt enthält einen Extrakt aus der afrikanischen Mango. Dieser überschreitet bei weitem die Eigenschaften des beliebten Acai-Beeren-Extrakt zur Gewichtsreduktion. Das Produkt hat den amerikanischen Markt im Sturm erobert. Seit jüngster Zeit steht es auch in Europa zur Verfügung. Wir sagen ihm eine große Zukunft voraus. Also, noch heute die afrikanische Mango-Diät starten! Afrikanische Mango – das Geheimnis der wirksamsten Diät Die wirksame Mango-Diät basiert auf dem natürlichen Extrakt aus den Samen der afrikanischen Mango. Sie verbrennt effektiv Fett und entfernt schädliche Giftstoffe aus deinem Körper. Sie reduziert den Appetit und senkt den Cholesterinspiegel. Die afrikanische Mango ist reich an Ballaststoffen, sodass sie deiner Verdauung hilft. Afrikanische Mango – dein Rezept für die schlanke Linie. Beschleunigt konkurrenzlos die Fettverbrennung. 100% wirksame und natürliche Zusammensetzung. Ist ein Spezialist für die Reduzierung von Bauchfett. Sicherer Schlankmacher, basierend auf natürlichen Zutaten. Die afrikanische Mango verringert deinen Appetit und erhält länger das Gefühl, gesättigt zu sein. Afrikanische Mango ist die Lösung für Menschen, die von vielen Diäten enttäuscht sind, da sie nicht die erwarteten Ergebnisse bringen. Dieses Präparat kann sicher unnötiges Fett verbrennen und dir so zu einem normalen Gewicht verhelfen und dieses anschließend halten. Das African Mango Nahrungsergänzungsmittel besteht vor allem aus der vorwiegend in Kamerun angebauten Obstsorte der afrikanischen Mango. Afrikanische Mango – diese Formel wurde auf der Basis reichhaltiger Vitamine und Mineralien entwickelt. Die Samen dieser Frucht enthalten eine große Menge an Ballaststoffen. Das verstärkt das Sättigungsgefühl und reduziert den Appetit. Zur Zusammensetzung der African Mango gehört auch ein starkes Antioxidant, das unterstützend beim Abnehmen und der Fettverbrennung wirkt. Durch die Harmonisierung von Leptin, das verantwortlich für die Bewirtschaftung der Energieressourcen ist, ist African Mango äußerst wirksam beim Erreichen deiner Traumfigur. Es ist seit langem ein starker Konkurrent zu den berühmten Schlankheitspillen der Acai-Beere. Zu den vielen Vorteilen der afrikanischen Mango gehört auch die bemerkenswert positive Auswirkung auf den Cholesterinspiegel. Diese Frucht verhindert zudem Entzündungen. Darüber hinaus ist African Mango reich an Vitamin C, reguliert den Blutzuckerspiegel und befreit den Körper von Giftstoffen. Auf diese Art und Weise hat African Mango positive Auswirkungen auf die Gesundheit des gesamten Organismus. Entwickelt auf Basis natürlicher Zutaten, ohne unnötige Zusatzstoffe und Schadstoffe, wurde African Mango ein Hit auf dem Markt der Nahrungsergänzungsmittel. Klinische Studien und Tests an der University of Yaoundé in Kamerun bestätigen die hohe Effizienz bei der Gewichtsreduzierung durch den Extrakt der afrikanischen Mango. African Mango ist eine bewährte und äußerst wirksame Methode, um Gewicht zu verlieren. Diese sichere Ergänzung für deinen Körper erreicht nicht nur eine Reduzierung des Körperfettanteils, sondern kann auch helfen, die Traumfigur zu erreichen. Willst auch du überschüssige Kilos endlich loswerden? Nun ist es mit African Mango möglich. Probiere es aus. So, das war's für heute mit Gesund Abnehmen, jetzt die afrikanische Mango Diät starten. Vielen Dank für euer Interesse. Hat euch unser Video gefallen? Dann abonniert doch einfach unseren Kanal, klickt im Anschluss auf die Glocke und ihr erhaltet immer die neuesten Videos von Tropisch Gesund. Also, bleibt jetzt alle tropisch gesund, bis zum nächsten Video, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.